Und wieder etwas Entspannung angesagt, Jugendklasse, die Klasse 6, zweiter Lauf mit der Nummer 62, Kailin Bra, 5 Punkte im ersten Lauf und der 82, Felix Schulze, 6 Punkte im ersten Lauf. Felix Schulze gleich an die Spitze gesetzt vor seiner Freundin. Im Moment gibt es da kein Gentleman sein, welches weiß ich. Die Spitze gesetzt vor seiner Freundin. Die Spitze gesetzt vor seiner Freundin. Die Spitze gesetzt vor seiner Freundin. D~! 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 Das Ergebnis in der Jugendklasse, 2. Lauf für jeden, einfach mitzuverfolgen, Sieger die 82, Felix Schulze, 2. für 62, Kailin Rahm. Ein Hinweis an den Bahndienst, nach dem nächsten Lauf, Bahndienst, Bahndienst bitte bereithalten, nach dem nächsten Lauf. Und wir kommen zum nächsten Lauf.